Ich bin doch einfach mal wundern, ob dieses Livestreaming, Ihr Handy, bei irgendeinem Anbieter richtig funktioniert. Herr Böhl hat es zwar gezeigt, aber funktionieren? Nö. Ich bin doch einfach mal wundern, ob dieses Livestreaming, Ihr Handy, bei irgendeinem Anbieter, bei irgendeinem Anbieter, richtig funktioniert. Hier kommt was. Na, so geht es eben doch. So sieht das dann aus, auf der Seite. So, muss ein bisschen gepuffert werden. Aber, irgendwie geht das Ding. Ja, dann, okay. Danke fürs Schauen und Tschüss. Danke. Danke.